ich heiße sie ganz herzlich willkommen zum heutigen marktupdate die berichtssaison in den usa hat jetzt fahrt aufgenommen und die analysten haben wieder einmal die messlatte relativ niedrig angesetzt die finanzergebnisse bleiben bisher aber hinter den erwartungen zurück die einnahmen für die meisten unternehmen sind jetzt mal gestiegen aber die kosten steigen eben schneller und das belastet die gewinnmargen und verpasst auch der wall street derzeit einen dämpfer schauen wir mal auf die chance den risikonweis gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds jetzt mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir gehen direkt rüber zum s&p 500 und schauen uns die lage mal im wochenchart an der index hat jetzt wenige punkte vor dem jahreshoch bei 4208 punkten gedreht und auf wochenbasis ist derzeit ein minus zu erkennen die frage ist zweiter fehlausbruch am hoch bei 4171 punkten für den möglichen rückgang richtung vorwochentief hier haben wir noch ein wichtiges zwischen hoch bei 4073 punkten und dann könnten wir auch einen rückgang richtung 3981 punkten sehen sollte sich der index allerdings wieder fangen und oberhalb des widerstandes bei 4171 punkten etablieren dann könnte ein neues jahres hoch drin sein und auch eine annäherung an das august hoch heute geht die berichtssaison natürlich weiter und folgende unternehmen werden unter anderem berichten american express at&t philip morris und tsmc schauen wir mal auf die kursentwicklung wir sind bei der american express im wochenchart wir haben zwei gleitende durchschnitte einmal den ema mit 20 perioden in blau und dem mit 50 perioden in rot es gab vor einigen wochen einen schönen anstieg auch über wichtige widerstandsmarken und dann ist der markt wieder zurückgelaufen man kann von einer korrektur sprechen es gab auch ein crossover also eine bestätigung für die bullen und kurzfristig hat sich der markt jetzt hier eben wieder etwas stabilisiert und könnte möglicherweise zu einem neuen aufwärtsimpuls einleiten die frage natürlich wie fallen die zahlen aus das wird dann am ende ausschlaggebend sein ob der markt zurückgeworfen wird oder letztendlich wieder durchstartet wir gehen zu at&t hier haben wir eine ähnliche situation allerdings spielen die gleitenden durchschnitte noch nicht so ganz mit es gab jetzt aber vor ein paar wochen wieder ein crossover und der markt kann sich eben auch oberhalb der gleitenden durchschnitte etablieren und das wäre eben auch die möglichkeit den aufwärtstrend den kurzfristigen neuen aufwärtstrend fortzusetzen sollte der markt allerdings nach unten abdriften und es gäbe eine erneutes crossover dann sollte man eher die finger davon lassen philip morris hier haben wir ebenfalls einen schönen push gehabt wichtige widerstände durchbrochen aufwärtsimpulse gegen bewegung hier gab es das crossover und der markt ist jetzt relativ stark zurückgefallen allerdings gab es eben kein kreuzen der gleitenden durchschnitte und das bedeutet dass die bullen grundsätzlich noch die kontrolle haben auch von der trendstruktur her und jetzt sind wir eigentlich mitten im aufwärtsimpuls die frage also möglichkeit der trendbestätigung durch höhere hochs oder vielleicht ein erneutes zurückwerfen ein rückwurf auch in diese nähe hier würde den aufwärtstrend aber dann nicht gefährden tsmc hier haben wir einen lang anhaltenden abwärtstrend und was wir jetzt sehen ist eine bullische struktur und auch ein anstieg über einen wichtigen widerstandsbereich der die aktie konnte sich auch oberhalb der gleitenden durchschnitte in gewisser weise etablieren und auch für eine längere zeit halten was jetzt aber noch fehlt ist eben ein crossover als zusätzliches bestätigungssignal das heißt hier würde ich vielleicht eher noch etwas geduldig sein auf einen impuls nach oben warten ein crossover und dann die korrektur handeln und solange das nicht passiert besteht eben die gefahr dass der markt nochmals abdriftet und sich eben diesen tiefpunkten annähert oder diese vielleicht auch noch mal unterschreitet das war's von mir lasst gerne einen daumen da und abonniert natürlich auch den kanal viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal